Damit BigBlueButton problemlos läuft, benötigen wir noch eine aktuelle Version von Ruby. Für dessen Installation brauchen wir einige Zusatzprogramme, die wir wieder mit einem Update-Install installieren. Anschließend erstellen wir für die Installation von Ruby noch ein kleines Shell-Skript. Dann können wir auch hier ein kleines Shell-Skript machen. Dann können wir auch die Kastchefisch finden. Und dann können wir auch noch ein kleines Shell-Skript machen, ein kleines Shell-Skript machen. Und dann können wir esielen, dass die Kastchefisch zu haben, Untertitelung des ZDF, 2020